Ich dachte am Anfang, okay, das ist so ein kleines Casual-Game, das wird ganz witzig, aber dann hat es mich dann noch echt ziemlich gerissen. Es war super süß irgendwie und sehr einfach, aber es war doch extrem herausfordernd. Man steuert zwei Figuren, jeder hat eine. Man kann sich gegenseitig Formen aus der Figur rausschneiden und muss Rätsel lösen. Ich hatte zuerst ein bisschen Angst, weil ich habe halt relativ große Hände, dass die Joy-Cons ein bisschen klein sind, aber es geht. Also auch für große Hände sind die Joy-Cons vollkommen in Ordnung und man kann es sozusagen prima spielen. Das macht die Switch eigentlich auf dem Markt einzigartig, weil du kaufst die Konsole und hast sofort zwei Controller. Das gibt es nicht. Immer zwei Spiele am Start und das ist absolut unik. Es ist immer dieses Kommunikative irgendwie und das ist die Stärke von diesem Game. Und ich glaube, das ist auch die Stärke vom Switch. Dadurch, dass du das wegnimmst und zu zweit spielst, ich glaube, es sollten mehr solche Spiele für die Switch kommen. Das Grandiose sind ja nicht die Momente, in denen man das jetzt alles richtig macht, gleich beim ersten Mal. Das Grandiose sind ja dann die Fails, wenn man sich verschneidet, verspringt und sich so ein bisschen da reinsteigert. Und dann kommt ja auch dadurch der richtige Spaß daran auf. Es war dann tatsächlich, dass man teilweise sagen, oh nein, du musst da hin und dort hin und schon so halb so ein bisschen angestiegen hat. Aber das gegenseitig ein bisschen sich anstacheln und so, das war genau solche Spiele liebe ich. Das ist super ehrlich. Dann ist der Ball aufgekommen und ist perfekt in den perfekten Bogen einfach da reingefallen. Das war mehr oder weniger Glück, glaube ich. Aber in dem Moment war es einfach... Das war schon Glück. Ich habe mich echt angestrengt. Es war Glück. Whatever. Es war auf jeden Fall Spaß. Sehr viel Potenzial an großer Unterhaltung. Ich fand es geil. Das war schon ziemlich lustig. Nun, das hat mir bis jetzt am besten gefallen. Snipperclips, Hammer. Hammer.